Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Wir haben uns gerade live auf Twitch, da könnt ihr mir gerne folgen, wenn ihr es wollt, das Xbox Showcase angeguckt, wo unfassbar viele Games vorgestellt worden sind. Gears of War sah das erste Mal nach Jahren wieder gut aus. Stalker 2, worauf ich mich seit Jahren freue, wurde immer wieder vorgestellt. Kommt jetzt im September diesen Jahres. Und wir haben sehr, sehr viel Sachen über Black Ops 6 bekommen. Und das ist das beste Showcase, was auch Sony, Microsoft in den letzten Jahren gemacht haben. Und so wie Black Ops 6 aussieht, Leute, habe ich richtig Bock drauf. Und die größten, wichtigsten Sachen will ich euch einmal zusammenfassen, bevor ihr so ein, zwei Live-Reaktionen von mir seht. Aber der größte Punkt für mich, den wir bei dem Ganzen hatten, der ganz vorne für mir steht, ist, wir bekommen Prestige zurück. Das klassische Prestige-System mit zehn Prestigestufen und dann Master Prestige bei Level 1000. ... Community, for how we used to handle Prestige. Traditional Prestige is back in Call of Duty with Black Ops 6. We've pulled the best of the best from past Call of Duty Prestige-Systems and are going bigger and more rewarding than ever. Players who reach max player level will have the choice to enter Prestige, start fresh with relocked gear. Seit 2018, seit sechs Jahren, haben sie uns Prestige weggenommen. Stattdessen hatten wir einen bodenlosen, langweiligen, völlig unnötigen XP-Grind. Aber es hat keinen Unterschied gemacht, ab dem ersten Tag eines COD-Releases, sobald ihr Level 55 erreicht habt, ob ihr Level 100 seid, 200, 400, 800 oder 1000. Es hat keinen Unterschied gemacht. Es hat überhaupt gar keinen Reiz gehabt. Man hat nur seine Tarnung gemacht und das war's. Jetzt kommen sie mit Treyarch und Raven, die zusammen an Black Ops 6 gearbeitet haben, im Multiplayer wieder mit dem alten Prestige-System zurück. Für die, die es gar nicht mehr kennen, weil ihr in den letzten sechs Jahren neu zu Call of Duty dazu kamt, ihr levelt euren Charakter bis 55, dann habt ihr eure Waffenaufsätze alles freigeschaltet und dann ist es euch überlassen. Ob ihr Prestigen wollt, das heißt, ihr bekommt ein Prestige-Symbol, die meisten sehen sehr, sehr cool aus, fangt wieder bei Level 1 an und habt einen Freischalt-Token für eine Waffe, eine Streak, für einen Perk, Totenschill, sonst was, was ihr, sobald ihr dann wieder anfangt, automatisch und freigeschaltet habt. Und das Ganze konntet ihr zehnmal machen, dann seid ihr Prestige, habt ihr genug Prestiged und dann habt ihr Prestige-Master versucht. Was bedeutet, ab Level 1, zehntes Prestige, bis Level 1000 und dann gab es eben meistens einen goldenen Namen, eine goldene Zahl, all diese Sachen. Das hat wochenlang für Fun gesorgt, das hat sich richtig angefühlt, als wenn es einen Unterschied macht, dass man tatsächlich Prestiged. All diese Sachen sind uns vor sechs Jahren weggenommen worden, weil sie gesagt haben, ja, mit Warzone ist es schwer zu Prestigen, das passt nicht zusammen, also hat Warzone dafür gesorgt, dass das Prestige rausfällt. Wie sie das jetzt mit Warzone verbinden, weiß ich nicht, ist mir persönlich aber auch scheißegal. Ich bin Multiplayer-Fan, ich war schon immer Multiplayer-Fan. Das sieht sehr, sehr geil aus. Dazu etwas Nagelneues, was vor ein paar Wochen schon mal so mehr oder weniger geleakt worden ist. Omni-Movement. Und wenn ihr jetzt sagt, was ist Omni-Movement? Ihr seht das so ein bisschen im Hintergrund. Ihr habt die Chance, mit eurem Charakter viel, viel flüssigere, weniger von Begrenzung beeinflusste Aktionen zu machen. Ihr könnt rückwärts sprinten, seitwärts sprinten, vorwärts sprinten, diagonal sprinten, springen, rückwärts springen, rückwärts rutschen. Es gibt alle möglichen Sachen, die man sonst aus einem Fluid-Movement-System kennt, die wir aber in Call of Duty so noch nie gehabt haben. Man merkt, Treyarch finde ich in diesem Trailer, bisher nur ein Trailer natürlich, und in dem Ganzen, was sie vorgestellt haben, richtig an, dass sie wirklich Zeit hatten, innovativ an etwas zu arbeiten, was uns als Call of Duty-Fans, als Multiplayer-Fans wieder das gibt, was wir seit vielen Jahren schon nicht mehr haben. Und natürlich soll man sich von Trailern und Vorstellungen und sonstigen nicht beeinflussen lassen. Aber das, was ich gesehen habe, sah großartig aus, und deswegen freue ich mich darauf. Und selbst wenn es am Ende trotzdem scheiße wird, freue ich mich, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, von meinem Lieblingsstudio, was Treyarch ist, Innovationen zu sehen, die ich mir schon lange wünsche, wie zum Beispiel Prestige-System zurück. Wir haben gesehen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Perks auszuwählen. Es gibt drei Klassen, die man sozusagen bespielt. Das ist Recon, das ist einmal Specialist, einmal Assault. Assault ist dann so für die Leute wie mich, die auf Kills gehen wollen. Und wenn ihr aus dieser einen Kategorie, so wie ich das gesehen habe, drei Perks auswählt, die alle aus einer kommen, also Assault, bekommt ihr noch eine vierte Wildcard und habt dann eben vier Perks aus dieser Kategorie. Es sah von dem Gunsmith, was wir hatten, nicht so aus, als wenn wir ein Pick-10-System hätten, was mir ehrlich gesagt fehlt, weil das ist eigentlich schon 15 Jahre in Call of Duty das beste System gewesen, ist aber in dem Fall nicht so tragisch. Die gesamten Multiplayer-Maps, zwölf Stück zum Release, den wir bekommen, plus vier Strike-Packs, die auch noch, oder Maps, die noch dazukommen, sind alle neu, nicht-remasterte Free-Lane-Maps. Und das ist etwas, was für mich persönlich super wichtig ist, wie Call of Duty sich anfühlt, wenn man keine Free-Lane-Maps hat, hat man bei MB2 und MB19 gesehen. Schreckliche Karten, schrecklicher Aufbau, kein Gameflow, kein gar nichts. Ihr könnt das allererste Mal, und das ist ein Thema in der Community seit vielen Jahren schon, es wurde erwähnt, dann wurde es wieder ignoriert, dann wurde es erwähnt, ihr könnt das allererste Mal seit, überhaupt, seitdem wir Call of Duty spielen, euer HOD, also euer Heads-Up-Display, so ändern, wie ihr das wollt. Ihr könnt die Minimap verschieben, von der linken nach rechts, von rechts nach unten, ihr könnt sie ausblenden, ihr könnt eure Kill-Anzeige in die Mitte legen, nach oben legen, nach unten legen, so wie man es persönlich für Sicherheit haben möchte. Soweit ich das gesehen habe, haben wir auch Medaillen wieder da. Das sind alles solche Sachen, die einfach als einzelner Aspekt vielleicht klein erscheinen, aber insgesamt super dafür sorgen, dass man viel mehr Engagement in dem Game hat, weil man viel mehr kleinere Belohnungen zwischendurch einfach hat. Und ich persönlich muss euch sagen, nachdem ich diese Showcase gesehen habe und MadSquans und die ganzen Entwickler, die an der Kampagne gearbeitet haben, die am Multiplayer gearbeitet haben und am Zombie, der für euch Zombie-Fans rundenbasiert wieder ist, extra als Team sogar. Das heißt, ihr habt wieder ein Zombie-Team, ihr habt wieder rundenbasiert. Ich habe das Gefühl, dass sie unter der Schirmherrschaft von Microsoft gerade in die Richtung einbiegen, wo wir vor vielen Jahren waren, als Call of Duty so der strahlende Stern für alle war, für Casual-Gamer, für Pro-Gamer, für Streamer und Sonstiges. Ich persönlich bin absolut überzeugt davon, dass wir eine reelle Chance haben, einen vernünftigen, unterhaltsamen und guten Multiplayer zu bekommen. Sehr viele coole Sachen, die wir hier einfach gesehen haben. Ich kann euch nur empfehlen, guckt euch das Showcase nochmal auf YouTube an, guckt euch das VOD gerne bei mir auf Twitch an. Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten auch deutlich mehr Infos noch zu dem Game bekommen, noch mehr zum Multiplayer. Und ich persönlich freue mich sehr, wenn ihr das Game vorbestellen wollt, was ihr könnt und ich kann es euch nicht empfehlen und auch nicht davon abhalten. Ihr müsst es selber entscheiden. Denkt dran, unten MMOGA, da könnt ihr zum Beispiel günstiges Playstation-Guthaben kaufen. Unterstützt mich direkt damit und kriegt das Game anstatt für 80 Euro nachher für 70 oder 65, weil ihr das Playstation-Guthaben halt für weniger Geld kaufen könnt, als es aktuell kostet. Leute, schreibt mir in die Kommentare, was euch an dem Showcase am meisten gefallen hat. Ich persönlich freue mich mega drüber und hoffe, dass es auch nur annähernd die Erwartungen erfüllt, die ich jetzt gerade habe. Wir sehen uns die nächsten Tage. Ich bin raus.